Annas Islam, mal ehrlich, dieses Video, zu dem Zeitpunkt, war das wirklich notwendig? Hast du irgendeine Rechnung offen mit der militanten Veganerin? Du hast doch selbst zugegeben, dass sie überrumpelt wurde, dass sie nicht zugestimmt hat, mit dir zu sprechen. Du hast auch zu keinem Zeitpunkt, weder mit der militanten Veganerin, noch mit den anderen Veganern, eine echte Debatte über Veganismus geführt. In Wahrheit geht es im Hintergrund immer um deinen religiösen Fundamentalismus. Er hat die Naturgesetze erschaffen, er ist der Erschaffer von allem. Wenn es ihn gibt und er hat alles erschaffen, kann ich niemals meinen Verstand oder meine Vorstellung über ihn stellen. Anders kann man das nicht sagen. Das ist der Punkt. Und Raffaela hatte an diesem Tisch zu dem Zeitpunkt keine Ahnung davon, was deine Norm im Hintergrund eigentlich ist. Sonst hätte die Diskussion sofort abgebrochen werden müssen. Das jetzt so hinzustellen, dass du argumentativ die militante Veganerin zerstört hättest. Und wenn ich mir hier die ganzen Kommentare unter dem Video angucke, was soll ich dazu noch sagen? Wir werden sehen.